So, Harry sagt Hallo heute am 13. Mai 2017. Wir haben 25 Grad im Moment hier am Strand von Maspalomas. Es ist 11 Uhr und 42 Minuten. Also heute viel Wind, viel Sand, mäßige Wellen. Natürlich Sonne pur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn Sie auch mal hier wohnen, leben möchten, www.check7x24.com So, wir testen mal die Wassertemperatur. Ja, das Thermometer ist halt 21 Grad. So, mit diesen Bildern sagen wir Tschüss und bis bald.